Heyo, ich bin Simio und willkommen zu einem neuen Coaching-Video. Wir schauen uns heute einen Master Rector an, auf der Solo-Lane. Und wir müssen mal gucken, was der für einen Match-Up hat. Er sagt Nob-Rector. Was ist der Nob-Rector? Oh, der Tane. Es fängt wieder gut an. Master Elo und der Tane weiß nicht, dass es nicht nur... Und der Tane weiß nicht, dass die Top- und Bottom-Lane auch wechseln können. Aber der Tane denkt, jede Bottom-Lane ist immer die gleiche Lane. Sehr gut. Ansonsten hätte er nicht gesagt, der Rector soll Top gehen, weil der Rector ist ja theoretisch auf der Top-Lane mit der Slayer-Lane. Er hat hier Tara auf der Bottom-Lane. Ist ganz solides Match-Up. Ja, kannst du wahrscheinlich nicht unbedingt töten. Ich weiß nicht, ob ich die Lane nehmen würde. Du klaust gerade dem Toolen eine komplette Wave. Das war... Das war komplett schlecht gemacht. Der Toolen ist ein Early-Game-Held. Der muss so schnell wie möglich Level 4 werden. Und du hast ihm gerade einfach zwei Creeps komplett geklaut. Und damit kommt er halt jetzt richtig, richtig schwer. Nur noch auf Level 4. Vor dem ersten Drachenfight. Ja, du bist jetzt hier ein bisschen höher. Schön und gut. Aber du hast halt den Toolen, der wahrscheinlich eher beim Drachenfight ist, die Möglichkeit genommen, sehr schnell da hoch zu rushen. Tara ist Mist. Ist in Ordnung. Du rusht hier gerade die Hermes-Boots. Ich denke, du wirst viel Roam gehen. Ist in Ordnung. Push dir schnell die Wave und jetzt sofort weg. Push die Wave, geh weg. Du hast dir die Hermes-Schuhe gekauft. Gerade. Mit dem Gold vom Toolen. Hast du dir die Hermes-Schuhe gekauft. Gehst jetzt aber nicht Roam. Wenn du dir die Schuhe kaufst, dann geh auch auf jeden Fall los. Könntest du jetzt hier in der Mitte zum Beispiel da... Du wärst jetzt im Mittelfight. Jetzt wärst du da gewesen. Und da könntest du jetzt direkt mithelfen. Da wärst du schon gewesen. Hast du, glaube ich. Ja, hast du. Da wärst du so schnell gewesen. Wärst du direkt hingegangen zum Roam. Hättet ihr wahrscheinlich die Entwicklung auch noch bekommen. Wäre gut gewesen. Ja. Push jetzt hier die Bottom wieder ran. Über die Minion Wave. Ja, sehr gut. Drake, geht in euer Team. Nice Sache. Hat die Tara dich gesmitet. Nimm dir das Ding. Tara hat gerade den Smite auf dich gedrückt. Da kannst du dir die Eule einfach so wegnehmen. Tara kannst du, glaube ich, nicht fighten. Es wird... Muss sogar flickern hier. Das Ding ist mit Tara... Als Melee ist es schwierig. Du hast zwar True Damage mit am Start, aber Tara ist halt ein HP-Held. Nicht unbedingt super für Rüstung, sondern Tara ist ein HP-Held. Und HP zu haben, ist einziger Counter gegen... Gegen... True Damage. Oh, schöner Fight oben. Sieht nicht so gut aus für euer Team hier. Hast du ein Mikro an oder so? Irgendwie knackt da was in deinem Gameplay. Middle Wave kannst du, denke ich, deffen. Hermes Schuhe helfen da. Kannst du deffen. Die Tara, was ich zum Vogel unten auf der Bottom sagen wollte. Die Tara... Die Tara hat den Smite auf dich gemacht, ja. Von daher hättest du den Vogel klauen können. Ich weiß nicht, ob du den klauen hast, aber hättest du machen können. Okay. Die Bottom kannst du hier, denke ich, wieder deffen. Ja. Push noch die nächste Wave. Lass die Tara, die hat Smite. Die hat Smite. Den wirst du wahrscheinlich schwierig klauen können. Push die Wave raus. Geh Bottom Wave. Ich wäre hier safe core Bottom Wave gegangen, hätte die Wave auf der Bottom gepusht. Sie kommt noch dazu. Und dann hättest du jetzt schon unten die Wave im Tower gehabt. Weißt du? Was eine sehr, sehr gute Sache ist. Die Wave unten chillt immer noch rum. Du hättest jetzt schon eine Wave im Tower, die den Tower weggepusht hätte. Und dann hättest du in der Zeit immer noch dahin laufen können. Du hast sehr, sehr lange gewartet. Du bist halt Richtor. Du kannst super schnell die Bottom pushen. Bottom pushen und dann geh hin. Du hast da genug Zeit für. Und mit diesem Bottom Push hast du einfach eine entspanntere Möglichkeit dann, danach, wenn du irgendwie die Tara töten solltest, das Objektiv zu pushen. Oder ein Objektiv zu machen. Wenn die Bottom Lame nicht gepusht ist, kommst du nicht weit. Bottom Lame wieder wegnehmen. Jo. Top Lane habt ihr auch ein spannendes Matchup. Auch wieder ein 2-2. Ich weiß nicht, wieso kein Supporter Roam geht. Ist irgendwie nicht so smart. Push die Wave. Lohnt nicht, so viel mit Tara zu feiten. Wave pushen und weg. Hau ab. Feinde die nicht. Es bringt nichts. Geh einfach irgendwo pushen. Hol dir den Gilda, hol dir den Drachen. Du hast, wie gesagt, Hermes-Schuh gekauft, um zu roamen. Dann musst du auch roamen. Und Drache habt ihr, glaube ich, bekommen. Sehr, sehr schön. Mit Wave pushen, Bottom Wave pushen. Gehst hier auf die Tara. Ich weiß nicht, ob Tara Ulti abhat. Wenn sie abhat, kann sie wahrscheinlich noch rauslaufen. Ja. Bisschen aggressiv, der Angriff auf Tara. Vor allem hast du nicht mal gewartet, bis du die Passive hast vom Busch. Ja, dein S1 hat ja eine Passive. Und im Busch macht diese Passive ja den Knockup. Ja. Und dieser Knockup macht halt auch mega viel Schaden. Auch mehr Schaden als dieser Dash vom Riverbuff. Von daher warte in so einer Situation lieber, bis du den Buff aus dem Busch hast. Und dann geh rauf. Okay, ich weiß nicht, ob du da versuchst, die Tara anzugreifen. Kannst du eventuell schaffen. Kann aber auch sein, dass es nach hinten losgeht. Geht nach hinten los. Du musst rausflickern. Du musst ein bisschen lernen mit Rigdon auch, wo deine Grenzen sind. Ja. Was kannst du machen, was kannst du nicht machen. Du gehst hier in viele Situationen rein, wo du denkst irgendwie, hey, ich kann die easy töten. Aber im Endeffekt musst du dann selber irgendwie einen Flicker raushauen. Das ist schon zweimal passiert, wo du reingegangen bist und musst es rausflickern. Ja, obwohl du geengaged hast. Und spätestens ab der dritten Situation solltest du es nicht nochmal machen. Du weißt es ja jetzt. Du weißt jetzt, wann du Tara feiten kannst und wann nicht. Ja. Und da konntest du dir sie definitiv nicht feiten. Kannst du hier klären. Ich weiß nicht, ob sie die Ultimate abhat, die Tara. Wahrscheinlich hat sie das wieder ab. Da ist der Wukong gewesen. Bist dritt. Ja. Du hast ganz kurz, ganz kurz hat man Wukong gesehen. Und da hätte man mit einem guten Auge schon reagieren können. Ich zeig's mal kurz. Du läufst hoch. Da. Du hast jetzt, da siehst du. Erstmal schaut auf die Map. Da. Hat man einmal ganz kurz. Ich versuche nochmal zurück zu gehen. Da. Sieht man erstmal da Wukong auf der Map. Ganz, ganz kurz. Ja. Man sieht's wirklich nicht lang. Aber sowas reicht meistens schon. Da siehst du Wukong. Und jetzt siehst du hier Wukong. Zack. Ab dem Moment könntest du reagieren, wenn du dich gut konzentrierst. Du hattest den River Buff auf deine S1. Das heißt, du hast einen weiteren Jump. Hättest auf Tara zurückjumpen können. Und dann hättest du ein Jump Reset gehabt. Wär's noch rausgekommen. Einfach konzentrieren. Auf solche Sachen achten. Ja. Und sofort raus. Braucht viel Übung. Du hast irgendwie einen Mic an, glaube ich. Ich mute mal das Video. Braucht viel Übung. Aber lohnt sich, ne? Wenn du sowas... Das ist einfach Reaktionszeiten. Die du dann lernen musst. Und Aufmerksamkeit sein. Äh, aufmerksam sein. Toplane Tower habt ihr. Sehr, sehr gut von deinem Team. Botlane schnell clearen. Benutzt den Minion Button. In so einer Situation. Ja. Benutzt du sehr, sehr schön. Du musst aufpassen. Ja, Tara, mach dich. Wenn du so eine Wave clearen willst, cleare die Wave auch gerne mit der S1 vom Busch aus. Macht mehr Schaden. Kickt der Tara down? Ne, der hat wieder Ulti an, oder? Oh, noch ein Jump, dann hat er sie. Boah, der macht... Die Tara macht den. Krass. Not bad von der Tara. Du bist fast gestorben, weil du da diese Minion Wave engaged hast. Oh, der Tane. Der Jorn nimmt den Drake. Alles klar. Du hast noch ein bisschen Zeit. Du siehst hier gerade deine Wave ankommen. Ja, die Wave vom Gegner ist gerade hier so. Hättest du Zeit gehabt, noch in die Mitte zu gehen? Du wärst da jetzt im Fight gewesen, in der Mitte. Du wärst jetzt schon da gewesen. Wärst du sofort gelaufen. Jetzt schon da gewesen. Hättest jetzt schon den Tane, äh, den Gildor getötet. Uh. Guter Versuch. Bisschen, bisschen schwierig umgesetzt. Und jetzt wärst du... Der Gildor wär jetzt tot und jetzt wärst du wieder auf der Bottom. Wie gesagt, Hermes-Schuhe. Wenn du sie kaufst, dann roam auch. Dann roam auch effektiv. Jetzt verpasst du zum Beispiel auf der Bottom. Warst du zu lang in der Mitte. Hast du zu lang aufgepasst, in einem, äh, zu lang nicht aufgepasst. Warst du zu lang in der Mitte und die Wave ist in deinem Tower. Schau, halber Tower ist weg. Und du hast einen Creep verpasst. Ping miss. Tara ist miss. Ping den miss. Jetzt am besten ping, dass Tara nicht da ist. Tara ist wieder da. Der Jorn macht das bei euch gerade sehr, sehr gut. Ja. Muss ich sagen. Der hat gute Objektives geholt. Holt dir gute Kills. Hat den Top Tower. Hat 6-0. Hat den Dragon noch geholt. Gerade noch ein Double-Kill in der Mitte. Ist jetzt in der Mitte zum Pushen. Macht er ganz, ganz gut. Mit Wave kannst du vielleicht noch deathen den Tower. Du hast ja die Hermes Boots. Ja. Den Tower kannst du deathen auf jeden Fall. Danach sofort auf die Bottom. Push den weg. Geh auf die Bottom. Bottom runter. Obwohl du siehst, gerade Tuel geht auf die Bot Lane. Nein. Vielleicht lass Tuel ihn das. Vielleicht bleibst du noch in der Mitte im Busch. Ja. Ich wäre, hätte ich gesehen, dass Tuel ihn dahin geht. Lass den das. Ja. Sei nicht egoistisch und versuche die Waves noch zu nehmen und dem zu klauen noch. Du hast ja in der Mitte schon eine Wave von ihm genommen. Lass dir dann den Tuel. Und jetzt schau mal. Du wärst jetzt in der Mitte gewesen. Wärst du da geblieben und nicht greedy hingegangen auf die Bot. Wärst du jetzt in der Mitte gewesen und hättest den Gildur. Ähm. Hättest den Assist auf dem Gildur bekommen und den Kill secured. Klar. Ihr habt den Kill bekommen auf der Bottom. Geh weg. Lass den Tuel da. Ja. Es ist doof, dass der Tuel jetzt mit da ist. Aber lass den Tuel einfach auf der Bottom. Ähm. Und hälfte an der Mitte mit. Nächste Wave kommt. Könntest du Proxien. Wenn du dich beeilst, hättest du die Proxien können. Wie der Tuel jetzt macht. Ja. Tuel hat es versucht. Hättest du Proxien können, hättest du dir mehr Zeit gehabt, diese Wave zu nehmen. Schön, dass es dann hier. Aber der Wukong, ey. Hat er den Jorn komplett auseinandergenommen. Bleib da. Bleib da. Gehen Busch. Gehen Busch. Hol deine Busch Passive. Gehen Busch. Busch Passive. Nevermind. Du redest jetzt Toplane. Benutz mehr, benutze mehr deine Mechanics mit der S1. Machst du relativ wenig. Ja. Sehr, sehr oft diesen Busch. Der Busch ist der Stärkste. Die Busch Mechanic. Versuch die öfter zu benutzen. Schöner Block mit der, mit der S1. Äh, mit der S2. Schöner Ulti Block. Ist gut gemacht. Teleport auch nicht benutzt. Auch sehr gut. Normalerweise gibt es Leute, die dann in solchen Situationen einfach immer ein Teleport raushauen. Weil sie denken, ich muss jetzt ein Teleport raushauen. Ah, schade ey. Da ist noch der Sill am Drachen gestorben. Eventuell kriegt er Wukon den Drachen jetzt. Ja, es gilt auf der Bottom. Der Tune Schild hat immer noch irgendwie auf der Bottom rum, ja. Tara hat da den Mini-Drake bekommen. Brauchst du nicht engagen. Engage, in solchen Sinn. Engage, am besten immer mit dem Busch. Jetzt sofort in den Busch gehen. Busch, 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 Busch. Gildo, äh, Rector. Sein bester Freund ist der Busch. Erst in den Busch, dann raufgehen. Erst in den Busch. Ja, ihr habt ja den Kill bekommen, aber erst in den Busch. Dieser Busch-Buff ist einfach zu stark. Bleib drinnen im Busch. Warte auf die Pässe. Busch, 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 Busch. So, jetzt hast du Busch. Bleib drin. Bleib im Busch. Bleib im Busch. Jetzt geh in den anderen Busch. Geh da oben in den Busch. Geh in den Busch. Bleib im Busch. Hol dir die Pässe. Gut. Warte kurz. Guck in die Mitte. Kannst du raufjumpen. Bleib im Busch. Bleib im Busch. Da sind immer noch drei Leute nur ab vom Gegner. Bleib im Busch. Warte auf die Weile. Die wird da gleich irgendwo erscheinen. Bleib im Busch. Ah. Keine Busch-Passive gehabt. Nicht im Busch geblieben. Schade, schade. Ähm. Du bist zu ungeduldig gewesen, denke ich. Busch-Passive. Busch-Passive ist es. Wer hat am meisten Gold? Der Jorn hat am meisten Gold gerade. Ist klar, der hat halt super durchgecurrylt bisher. Sehr, sehr schön. Ansonsten sieht es gut aus. Euer Mid-Lainer ist halt super behind. Ja. Der hat halt richtig, richtig wenig Gold. Hat halt auch ein schwieriges Early-Game, wenn dem da sofort eine Mid-Wave fehlt. Da ist der Tool tot. Und der hat dann irgendwie, der Tool hat dann auch lange auf der Bot-Lain rumgechillt, ne? Das war halt auch nicht so clever von dem da. Deswegen hat er echt wenig Gold. Oh, der Jorn muss unbedingt beschützt werden. Das ist euer Hyper-Carry Number One gerade. Puschen die Gegner gerade gut in der Mitte durch. Ihr müsst irgendwie... Das solltest du vielleicht auch versuchen, dass du nicht unbedingt in die Frontline gehst. Busch-Busch-Busch-Busch-Busch. Noch ein Jump. Du hast noch einen Jump auf die Weile. Schade. Du hättest... Du hättest... Du warst ja schon am Crash dran. Ja? Du warst ja schon am Crash. Du hättest... Du hättest den zweiten Jump nicht benutzen müssen, um wieder auf den Crash zu kommen, weil du warst ja am Crash dran. Du hättest... So, wir schauen mal nach. Zack, erster Jump. Jetzt bist du am Crash. Den zweiten Jump hättest du wahrscheinlich benutzen können, um hier ranzukommen. Ja? An die Weile. Um direkt diese Linie, nicht diese Linie hoch. Ich glaub, du wärst rangekommen. Du bist dann tot. Denn der Crash macht ja nichts ohne Ulti. Dein Target ist die Violet. Unbedingt die Violet holen. Ja, das war ein bisschen greedy. Das stimmt. Hm. Tane 101 gegen Violet aus dem Grund. Jewel ist wieder tot. Was ich jetzt machen würde als Rector in dieser Situation gerade... Geh nicht mehr greedy rein. Ja, hast du aber selber erkannt schon. Sehr, sehr schön. Bleib beim Jorn. Ja, werde Jorns Aufpasser. Number two. Ja, Tane passt auf Jorn auf und du passt auf Jorn auf. Du musst nicht unbedingt die Weile töten. Musst du nicht. Es hilft auch, wenn der Jorn einfach überlebt. Busch. Kein Busch. Flicker, Flicker. Sehr schön gemacht. Gut, gut, gut. Geh wieder in Busch. Busch, 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 Busch. Und dann geht's zum Jorn. Da war der Wukong. Wenn der Wukong auf dich engage, bist du wahrscheinlich tot. S2. Jorn, Jorn, Jorn. Bleib beim Jorn. Bleib beim Jorn. Bleib beim Jorn. Jorn, 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 Jorn. Jorn. Pass auf Jorn auf. Pass auf Jorn auf. Nice. Gut auf Jorn aufgepasst. Sehr, sehr schön. Ihr habt geacet, oder? Fast geacet. Wer ist noch ab? Der Gildor ist ab. Ihr kriegt auf jeden Fall die Mitteltower. Geh in die Mitte. Push das runter. Pushen, 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 pushen. Brauchst du nicht engage'n auf den Gildor? Ne, Slayer braucht ihr nicht machen. Ihr habt keinen Sinn ab. Geh pushen. Pushen, pushen, pushen. Nächsten kriegt ihr noch. Tank das, tank das, tank das, tank das, tank rein. Geh rein zum Tanken. Ah, hättest tanken können. Jetzt habt ihr keine Wave mehr. Du hättest reingehen können, dich in den Tower stellen, den Gildor Shot blocken mit der S2. Ja, dann hättet ihr den Tower bekommen. Weil der Gildor hat halt nur das, um die Wave zu clear. Und wenn er sonst reingeht, ist er tot. Und es sind jetzt halt immer noch drei Leute tot. Ich glaub, das wär der Tower gewesen in dem Moment. In solchen Situationen muss man sich manchmal opfern und einfach dann reingehen. Und du wärst ja wahrscheinlich nicht gestorben, weil du halt den Block hast. Ich glaub, du hast zwei Blocks aufgeladen und hast halt noch den Jump. Oh, oh, das war aber ein komischer. Das sah irgendwie gerade ein bisschen laggy aus, hab ich das Gefühl. Als ob der irgendwie so einen minimalen FPS-Drop hatte. Oh, Gildor solltest du haben. Boah, schade. Hast du einen, ich glaub, du hast einen S1 gemisst. Ja. Aber ansonsten hättest du den kriegen können, den Gildor. Der Johann stirbt hier. Ja. Wukong ist auch noch ab. Das sieht nicht gut aus. Alles klar. Lass er noch rip. Es war nicht unbedingt dein Bad, weil du hättest Gildor töten können, hast du dir S1 getroffen. Und das Problem war eher, das ist der Wukong. Ja, du musst irgendwie, ihr müsst den Yorn am Leben halten. Schaut mal, der ist. 10-3. Kompletter Late-Game-ADC. Full-equipped. Den müsst ihr irgendwie am Leben halten können, ey. Du solltest, du solltest versuchen, irgendwie den Yorn noch mit zu beschützen. Nein, S1 wieder daneben. Ich glaube, du wärst sowieso gestorben, wärst du hinterher gegangen. Ja. Aber pass ein bisschen auf die S1 auf. Okay. Enraged Abyssal Dragon is down. Es wird schwierig. Eure Teamfights sehen nicht so clean aus. Da habt ihr echt ein paar Probleme. Von daher wird es schwierig, jetzt auch noch gegen den Drachen zu kämpfen und da den Teamfights irgendwie zu gewinnen. Das wird... Das wird nicht so einfach. Geh nicht rauf. Hol dir den Creep nicht. Lass ihr den Creep. Achte, dass du irgendwie dem Yorn da helfen kannst. Tara pusht unten. Da ist die Violet. Wukong kommt. Bleib bei Yorn. Bleib bei Yorn. Wukong, Wukong, Wukong. Nice. Den habt ihr. Den müsst ihr haben. Den habt ihr nicht. Sil hat den. Sil hat den auch nicht. Bleib bei Yorn. Yorn, Yorn, Yorn. Geh zu Yorn. Bitte. Ist der nicht... Der Wukong ist nicht gerippt. Huh. Okay. Solltest du dich vom Teamfighter entfernen, ist die Frage. Uh. Das ist schwierig gerade. Da ist der Wukong. Der tötet dich. Sollte man vom Teamfight weggehen? Für einen Tier 2 Tower. Sil ist gestorben. Vielleicht hättest du beim Teamfight mehr ausrichten können, als den Tower zu nehmen. Aber das war sehr... Es war sehr, sehr traurig, dass da der... Dass da der Yorn nicht gestorben ist. Das war schon... War schon ein bisschen traurig, muss ich sagen. Kann man nicht anders nennen. Äh, dass der Wukong nicht gestorben ist. Muss man leider sagen. Das war schon traurig. Und da sind jetzt nochmal weitere Leute von dir gerippt. Die werden vielleicht im Slayer sein. Könntst du scouten gehen? Erstmal mit deklieren. Sehr schön. Late Gameweile tut halt auch weh, ne? Boah, die tut richtig weh. Es war halt nicht mal ein Double Crit. Es war nur ein Crit gerade. Oh, hallo Wukong. Wenn du jetzt stirbst, wär doof. Boah, vielleicht kommst du noch raus. Wenn Weile... Oh, schöner Pfleger von der Weile. Bist weg. Ähm, vielleicht war das das Game. An der Stelle. Kannst im Shop nicht viel machen. Vielleicht war das das Game, dass du da gerade noch gecatcht worden bist. Die haben nämlich unten jetzt den Drachen vom Slayer. Und... Ah, kriegt ihr die Down, ist die Frage hier. Ihr seid... Die sind super gesplittet gerade im Teamfight. Turin hat keine Ultimate ab. Weilet ist noch ab. Beide Carries sind noch ab. Tan geht nochmal rein. Ich denke, Tan wird da rippen, oder? Ja, da ist Tan rip. Da ist der Turin rip. Und das war das Game GG. Benutzt die Hermes Schuhe mehr. Ja, pass auf den Yorn auf. Geh nicht so greedy rein. Und das war's. Ansonsten war es ein ganz okayes Gameplay. Das hat auch gepasst sonst. Schauen wir noch kurz mal die Stats drüber. Aber ansonsten GG. Und wie gesagt, das war jetzt ein Master Elo Gameplay. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr weitere Tipps habt für den Rektor, aber kein Flame. Und wenn ihr selber gecoacht werden wollt, ich packe den Link in die Beschreibung. Ist alles erklärt auf der Seite. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie ein Stomp Gameplay einschickt, wo irgendwie 20-0 steht oder irgendwas, den lehnt ich sofort weg. Das werde ich nicht coachen. Denn das bringt gar nichts. Und ja, GG an der Stelle. Schöne Runde. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.